Geil, keine Ahnung. Jetzt kann er auch nicht sehen. Ah fuck ey. Was? Du SAU alter! Direkt da hingestellt. Wie soll ich am anderen Fenster? Ja, Struggle. Was soll ich sagen? Struggle, ne? Ja, da brauche ich gar nicht wriggeln. Jetzt gehts auch mal in den Killer. Ich finde das krass, ey. Du hast als Killer echt viel viel mehr Überblick als als Überlebender, ey. Ich sehe dich als Überlebender immer viel schlechter als wenn ich mit Killer irgendwelche andere Leute sehe. Habe ich so lange gefehlt. Ohja, das ist irgendwie krass. Ohja. 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 das war ja wieder eine kurze runde da hängt sie versuch mal zu escapen Schatz, versuch mal, Maus 1 linke Maustaste, halten nochmal naja, gerade ich dachte vielleicht waren sie deswegen nicht direkt tot da haut der da mal drauf ich glaube nicht ich dachte, sie ist dein Wege tschau tschau das überleben auch nicht viel besser mann nicht im killer ist schon so viele punkte ich hab ja nichts gemacht und um ich überlebe keine zwei minuten Ja, kurz ein Räckchen, aber das weiß ich. Das ist gut. ich habe keine ahnung ich sehe nur bäume da gibt es die nicht in jeder map also dieses große da ah ja jetzt sehe ich dann auch Ja, gut. Ach du Scheiße. Komm von da, die Sau. Komm von da. 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 Komm von da.